und damit kehrleute was genau und herzlich willkommen zur dritten welle von mario kart 8 deluxe booster streckenpass ganz genau heute ist es soweit am 7 12 2022 sind die wunderbaren dinge erschienen in den 150er cup wir nehmen unsere charaktere und wir haben sogar was neues freigeschaltet brauche ich nicht sind ein paar strecken aufgetaucht und zwar einmal der fels cup und der mond cup und heute stellen wir uns der london tour dem buhutal dem gebirgspfad und dem blätterwald von der wii ich würde sagen wir starten direkt rein ohne groß drum herum zu reden unten in der video beschreibung findet ihr immer einen link zu instagaming wo das game günstiger bekommt schaut auf jeden fall rein let's go london tour eine mario kart tour strecke i guess obviously in der wir durch london fahren ich war schon mal in london ist safe schon 200 jahre her damals als ich noch jung war in den 60ern genau da starten wir direkt rein let's go das game ist sehr laut kann sein dass ich lautstark auf 100 habe weil ich gerade eben noch ein video angeschaut habe egal dankeschön dass ich kein item bekommen ich bin eingeübt in mario kart bin der profi qualitäts content für den ihr den channel abonnieren solltet es sind mehrere wege ich hasse die tour strecken da gibt es mehr wege als in einer runde zeigen kannst aber wir werden sicherlich im online modus noch spannende dinge erleben besonders die wiese finde ich sehr gut da kann man gut drüber fahren in dem boost mitgenommen hier nicht mario geh weg gibt mehr items dankeschön hey mario komm oh bitte nicht selber das war der hit des jahrhunderts keine ahnung wie viel da wir sind wir sehen nachher wie viel da wir sind das dann so ein bisschen was tue ich ich bin profi mario kartler hallo ich krieg gar nichts hin das ist traurig guys cool eine münze so wunderbar ich sehe nichts aber das ist nicht so schlimm ich sehe nämlich was also ihr wisst was ich meine ich sehe nichts aber ich sehe halt so weit was dass ich sagen kann dass ich was sehen kollege da weg oder hat sich wieder die strecke verändert ist das das brandenburger tor ach nee das sind nicht die berlin strecke tut mir leid lol war das knapp er ist direkt hinter mir das ist nicht euer wie oft haben wir schon davon gesprochen dass die dritte runde in mario kart immer schwerer ist als die anderen hier haben wir mal wieder einen wunderbaren beweis dafür ist krass also runde 1 zu 2 easy und abrunde 3 also wird das spiel ich sag mal freundlich gemeiner aber was auch irgendwie ein bisschen die challenge dazu gibt es sich in der letzten runde nochmal ein bisschen mehr anstrengend zu müssen boah imagine die hätten jetzt noch den pilz bekommen tot tot natürlich erster geworden boohu tal vom gameboy advance ich sehe sehr düsteres wasser also wenn das jetzt real wäre ich würde da nicht reingehen vor allen dingen nachts über nicht aber mal gucken was die strecke so leckeres hergibt ist das luigis villa da hinten aus dem ersten teil könnte sein ich weiß es nicht ich habe keine ahnung von der strecke ich kenne ihn nicht gameboy advance nie gespielt meint ihr im wasserfahren ist erlaubt oder im wasserfahren ist tot ich denke mal ersteres das layout der strecke ist okay ist eine kürzere strecke klar gameboy aber ähm okay ja sehr kurze strecke da war die london strecke länger obwohl es eine tourstrecke war was bye bye mario das kann nicht ich habe mich selber mit einer green shale getroffen ich gehe heulen oh ich habe den pilz nicht gesehen ja lost oh das hier ist eine anti-gravitation sektion anti-gravitation section äh area zone wie auch immer keine ahnung wer noch alles vor uns fährt ist es nur mairo ne davor ist es noch einer aber nicht mehr lange da haben wir wieder platz 1 zurückerlangt glaube ich hoffe ich also das hier vorne ist die kurve die ich am meisten hasse weil ich sie nicht richtig einschätzen kann bitte irgendwas gutes als ob wie fit da war ich das war extrem knapp zum schluss ja ist gerne komm da will ich nochmal hier eine wiederholung haben das geht ja mal gar nicht okay nächstes renn der gebirgspfad vom nintendo 3ds let's go mal gucken wie mir die strecke gefallen wird hat man ja im trailer am wenigsten dazu gesehen deswegen mal gucken wie interessant das ganze hier doch wird der 2 1 go die sieht sehr standard aus einfach eine große acht äh eine große null sorry lost kreis halt ach komm es wäre ein kreis wenn ich ihn zeichnen müsste bisschen schief vielleicht auch mal rechts kurven in dem links drehenden kreis kann passieren ist der nach hinten geflogen warum hier in ungefähr also der grafikstil dieser cartoony stil von den bäumen gefällt mir echt krass oh knapp hier eine anti gravitation sektion mit steinen mit steinen die eher hinderlich sind würde ich jetzt mal salopp sagen aber der gute wille zählt was geht denn ab also heute haben wir die größten betrugsmomente in mario kart 8 green shells feiere ich nicht so hier ist sie also die berüchtigte letzte runde bis jetzt sieht es aber ganz gut aus das gefällt mir doch oh warte man kann doch bestimmt auch über die bäume drüber fliegen natürlich nicht wenn man vom blitz getroffen wird ja kann man wird approved ich wollte nicht in die banane fahren zack wo kommt der nein die sind nicht hinderlich nein das ist nur ein joke aber im ziel trotzdem angekommen natürlich als wunderbarer erster platz der letterwald von der wii eine ich sag mal beliebtere strecke ich hab dazu jetzt keine persönliche bindung aber zu der strecke mit meiner persönlichen bindung kommen wir noch zwar nicht heute aber morgen morgen auf jeden fall wieder dabei sein damit ihr die nächste folge nicht verpasst kanal abonnieren ganz wichtig so let's go ich sehe so ein bisschen einen verzweigteren pfad das ist okay die musik natürlich ich weiß nicht warum die gibt mir donkey kong country tropical freeze welt 2 vibes die ja auch so in der alpenwelt war also durch das loch sind wir jetzt nicht so ganz durch aber okay aua das holz hier auf dem wir jetzt fahren sieht mir zu realistisch für mario kart aus da sind sie die wilden wriggler das holz hier geht jetzt wieder auch wenn ich schon ein sehr realistisch sind das sind das lol es gibt sie jumpstreifen krass ich kann mich an die strecke nicht mehr genauer erinnern aber diese streifen gibt es doch in mario kart nicht gibt es in der vario arena kann man da drüber öpfen ja scam wenn nicht die musik 10 von 10 natürlich design der strecke 9 von 10 8 von 10 ich finde der hintergrund ist ein bisschen ja hier fliegt man nicht perfekt durch das loch durch und die holztextur auf dem boden vor allem jetzt die hier ist halt zu krass aber nun gut wollen wir uns nicht beschweren ich höre da was sehr unschönes schlau nochmal gewartet zu haben jetzt aber schnell weiter ok letzte runde da freue ich mich überhaupt nicht drauf hier warum fliegt man hier nicht perfekt durch dieses loch das ist doch dafür oder nicht also nintendo da muss nochmal ein patch rein ok immerhin war ich noch ein bisschen unverwundbar ich glaube erster wird das auf der strecke hier nicht mehr mindestens zweiter ich will nämlich hier einen gold pokal ich will auf jeden fall den ganzen speed mitnehmen ich glaube es ist nur noch daisy vor mir aber ich bin mir halt nicht sicher und das ist schlecht aber alles gut erster platz ist hiermit safe wunderbar ein applaus für mich für meine wunderbare leistung 57 punkte ich bin einmal nicht erster geworden ach ja stimmt das war ja der komplette betrug da unfassbar kopf an kopf rennen ja aber habe ich verloren egal jetzt möchte ich mal einen sehr leckeren pokal anschauen hallo ja skip 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 mein pokal ich finde es schade dass nintendo nicht mehr spezielle pokale macht sondern nur noch diese standard pokale jeweils mit einem anderen symbol jetzt hier der pilz aber was will man machen wenn euch das ganze gefallen hat geist lasst auf jeden fall ein like da und abonniert den channel um die morgige folge nicht zu verpassen wir sehen uns bis dann tschau tschau leute nicht d Vielen Dank.